Und dann habe ich einen Atlas rausgeholt und habe einmal geschaut, wo es am wenigsten besiedelt ist, und das war eben da heroben, am Jokern. Dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin. Und dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin. Und dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin. Das war's. Ich bin es nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin. Und dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin. Musik 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 nicht Mit Untertitel im Auftrag des ZDF das habe ich damals noch gar nicht so überschauen können, das war jetzt erst einmal einfach das Grundstück. Natürlich willst du da irgendwie ein Häuschen hinbauen oder was, was ja auch mit aller Verbissenheit verfolgt habe, aber es ist so, dass durch das, dass das Grundstück am Wasser ist, dass keine Straße herführt, dass es weit von der Stadt weg ist, brauchst natürlich ein vernünftiges Fahrzeug, dann brauchst du ein Boot, brauchst du einen Außenborder, dann brauchst du Werkzeug, du brauchst so viele Sachen an die du, oder ich habe jetzt da momentan gar nicht so drüber nachgedacht, aber du, wenn das einmal angefangen hast, dann bist du einfach so drin und organisierst das alles, bezeugst dir alles, weil du ja nicht mittendrin stehen bleiben kannst, ja, und so ist das immer weitergegangen. Als Kind habe ich schon so eine Affinität zum Wald und Wildnis gehabt, sozusagen, also ich habe meine ganze Kindheit im Wald verbracht, viel im Wald geschlafen und Feierle gemacht, das war schon richtig der zentrale Punkt in meiner Kindheit, der Wald. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, sozusagen, einmal wirklich in den Wildnis zu kommen. Und, ja, das hat mich dann halt super interessiert, wie es denn ist, wenn man einmal wirklich weit weg von der Zivilisation ist. Und, ober der Terrasse, aber man dachte, okay, der Raum ist auch nutzbar und hat einen extra Raum oberhalb der Terrasse. Das habe ich dann noch gemacht, habe an den Boden eingezogen und habe vorne verkleidet, gell, mit Fenstern drin dann. Also das ist jetzt die Solarzelle, die praktisch den Strom liefert für die Batterie und für die Pumpe. Ursprünglich war das einmal ein Wasserturm. Da habe ich das blaue Fass, das war zuerst oben gestanden, wo ich noch keinen Strom gehabt habe. Und da habe ich dann eben durch das Gefälle im Haus dann ein Wasser gehabt. Jetzt ist da Solar und das Wasserfass ist im Frühjahr wichtig, weil ich mein Wasser erstmal vom Fluss raufpumpen muss. Dann pappe ich das da rein, damit der Silt absickert. Dann mache ich den Hauswassertank mit Flusswasser halb voll und hoffe dann, dass es irgendwann einmal regnet, damit es mit Regenwasser noch aufgefüllt wird. Ja. 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 Amen. Ja, und das ist jetzt praktisch Abstellraum, Garage, Werkstatt, das ist alles so konzipiert, dass es mehr Funktionen hat. Ja, und das ist jetzt praktisch Abstellraum. Da hinter der Wand ist jetzt praktisch die Küche und das Bad anschließend. Jetzt musst du natürlich das Abwasser irgendwo hinbringen. Das geht jetzt da unten vergraben, gehen die Leitungen raus, gehen da dann in die Kläranlage. Wenn man unter dem Wasserbehälter sitzt, wo das Wasser dann praktisch auch wieder gefiltert wird und dann das klare Wasser einfach versickert. Also ich war schon fast am Aufgeben, weil es immer wieder eingebrochen ist. Und dann habe ich eine Verschalung gebaut und habe die dann runterlassen. Es war eine Box. Es hat natürlich ein irrsinniges Gewicht gehabt, sodass ich dann einen Kran gebaut habe. Mit Winde, mit allem drum und dran, Umlenkrollen. Nur war es so, dass die Seile, die ich gehabt habe, eigentlich nicht dafür ausgelegt waren. Also war das eine ziemlich riskante Geschichte, dann in das Loch zu steigen, die Winde zu betätigen und die Kiste letztendlich dann langsam runter zu lassen. Die Seile haben klungen wie Gitarrenseiten dann, weil die sich natürlich so gespannt haben und die sich nicht mehr dünner waren. Die haben also jetzt nicht mehr die Stärke, die sie früher mal gehabt haben. Aber es hat ausgereicht, bis ich die Kiste dann wieder auf den Boden gesetzt habe. Und ich war heilfroh, dass mir nichts passiert ist. Ich habe dann, so wie man das in Deutschland gewöhnt ist, natürlich betoniert. Ich habe dann per Hand 100 Schubkarren Beton angemischt und habe das ringsherum um die Kiste aufgefüllt. Und alle haben mich verfolgt erklärt, die dieses Teilprojekt mitgekriegt haben. Die haben alle gesagt, du bist ein echter Vogel, was du da machst. Aber es war der Plan, also mein Plan und ich habe das verfolgt bis zum Schluss. Jetzt könnte ich sowas gar nicht mehr machen mehr. Ding. Ja. Ja. Da geht jetzt ein Schlauch runter bis in den Fluss rein. Wo ich dann unten am Fluss mit einer Benzinpumpe Wasser vom Fluss raufpumpe in diese Regentonnen. Das ist also für Brauchwasser. Brauchwasser, wo man täglich irgendwie Hände wascht oder was auch immer. Und natürlich Heißwasser für die Dusche macht am Lagerfeuer. Das Duschwasser wird in der Tanne angemischt, wie man es will. Und das geht dann durchs Gefälle runter zum Badehaus. Und man kann duschen. Früher hat man hier auch Geschirr abgespült. Da herunten, wo ich noch keine Küche gehabt habe. Jetzt kann man da Hände waschen nach dem Toilettengang. Oder auch Zähneputzen. Da ist die Dusche. Wo man dann den Schlauch praktisch an der Dusche ansteckt und dann kann man duschen. Und hier haben wir das sogenannte Outhouse. Was für Buschverhältnisse ich von Anfang schon mal recht komfortabel war. Und werden natürlich immer noch genutzt. Achtung. Nur noch. Untertitelung. BR 2018 Das ist die Feuerstelle für abendliche Lagerfeuerrunden. Zugleich ist es ein ganz raffiniertes Teil. Man kann also da verschiedenste Sachen drauf machen. Das ist eine alte Waschmaschine, eine Trommel. Da kann man also einmal die Strohner da hinlegen. Als Grill oder eben diesen großen Topf mit Wasser kochen. Und man kann ihn mal nachschieren. Um, dann kommen in ein FMerch als Complete. Vachnieuersprach. Hundroherrunden. Haltgewirrnden. Beor Arnold. 101 bis Daytona. Dann kann man das Ganze als Rohr verwenden, als Backrohr. Dann habe ich da einen großen Bräter, wo ich dann Brot back. Da habe ich einen Thermometer. Unten in den Bräter kommt Wasser rein, dann kommt dieses Blech da drauf. Meine Brotformen rein, also zwei Brote bringe ich da rein. Und wird dann da reingestellt in die Glut. Der Deckel oben drauf wird zugemacht. Dann kommt der Thermometer da oben drauf. Dann sehe ich genau so circa 150 Grad. 150, 100 Grad. Eine Stunde, dann sind die Brote fertig. Man verletzen darf er sich nicht zum Beispiel. Also wenn er sich jetzt an den Fuß bricht irgendwo da hinten, dann ist er schnell in Lebensgefahr eigentlich. Er muss es schaffen, selber in sein Boot zu kommen und mit dem Boot selber zumindest die halbe Stunde flussaufwärts zur nächsten Farm zu kommen. Das ist ja schon ganz schön viel eigentlich. Es gibt kein Telefon, es gibt kein Internet. Es ist schon gefährlich auf eine gewisse Art. Alles kommen. Wow. Geil, oder? So geil. Wow. Ja, du warst in der Hänge, Martin. Ich habe gelesen. Ja. Ja. Da habe ich mich bewegt. Also ich liege halt im Augenblick. Und der Kleins auch noch. Ja, ja. Dann kommt er aber halt so in meine Richtung. Aha. Das ist mir natürlich gleich völlig der Reis gegangen. Und hat mich aufgerichtet. Ja. Dann hat er mich gesehen. Und ab die Post. Aha. Jetzt geht mir die Pumpe. Wow. Auf. Dass ich auf bin. Ich hätte ja liegen bleiben können. Nein. Nein, das war schon richtig so, dass die bemerkbar gemacht hast. Weil sie an dir vorbei, womöglich. Erschrocken. Und wäre dann noch mehr erschrocken, wenn sie die in den Wind gerückt hätte. Ja. Dass sie gleich dann anders reagiert hätte. Na bravo. Aber sie hat ja schon Kontakt mit mir gehabt. Ja, ich war jetzt nicht der erste Mensch in ihrem Leben. Aber sie war mein erster Pär in meinem Leben. Und dann bin ich gerade so hinter dem Busch drin und schneide einen Schwammerl ab. Nachher ist rascheln, gell. Na, da kommt der Pär raus. Der hat mich nicht gesehen. Weil ich ja hinter dem Busch war. Und dann habe ich mir gedacht, also, jetzt ist er nahe genug. Jetzt muss ich mich irgendwie bemerkbar machen. Nicht, dass er verschriekt. Und dann total durchgedreht. Dann bin ich aufgestanden. Dann hat er mich angeschaut, gell. Dann habe ich auch geredet mit ihm. Und dann habe ich gesagt, also, ich möchte nichts von dir. Ich hoffe, dass du auch nichts möchtest von mir. Keiner will verletzt werden. Ich habe das Gewehr dabei gehabt, gell. Das schon. Und dann habe ich gesagt, jeder geht seines Weges und alles ist in Ordnung, gell. Und so haben wir das gemacht. Und dann hast du eben so ein Hochgefühl, was du jetzt auch da mitgekriegt hast. Durch das Erlebnis. Und das macht's aus, im Busch zu wohnen, gell. Das war schon der Asche. Aschenglaube. Bisher. Asche. Pure Asche. Okay. Und dann wird sowas sein. Du wohn. Du wohnst propias Afrikad. Das war wohl. Unter technisches Konfluten. Nein voller. Du dignbewusst. Los Stat touching. Du Es geht nurs dich. Oil Bach Brothers Re redeem. え. Mir choses zu tun. айн rehearsal mit Tränschen. Ich weiß nicht mehr, oder was ich weiß, aber ich denke, über die Jahre, es gibt verschiedene Typen von Menschen, die hier kommen. Und sie kommen irgendwann, wenn sie mit den Leuten kommen, aber sie bleiben und weg bleiben. Und die Leute wissen nicht, ich denke. Aber ich denke, ich denke, er sollte sich hierher kommen, ich denke. Das Grundstück, das ist ja mitten im Indianergebiet. Und das hat dann nicht lange gedauert. Ich kam aus der Stadt zurück und der Farmer sagt zu mir, du hast du bei dir drunten gejagt. Es wird ein weißer Mann beschuldigt, Elchkuh mit Kalb erlegt zu haben. Da habe ich gesagt, sowas würde ich ja nie machen. Und außerdem war ich sowieso in der Stadt während der Zeit. Und es war eben so, dass ein First Nation Mitglied da war, dem das nicht gepasst hat. Und der mich da beschuldigt hat. Aber es hat sich dann sehr schnell aufgeklärt. Und er hat das zugegeben. Und ich habe dann später mit dem Dale, mit dem Farmer eben nochmal drüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, alle, die am Fluss wohnen, die sind Nachbarn. Und da passiert nichts. Also ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Und seitdem war nie mehr wieder irgendwas. Ich bin jetzt da mittlerweile, glaube ich, akzeptiert. Und da sprechen Sie mit dem Leute. Und da kommen Menschen in der alten Gäste. Und da gehen immer wieder. Und da gehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und dann hat es nicht lange gedauert, kam ein Trupp, Feuerwehrleute, haben Mordspanik veranstaltet, mit Pumpen und Sprenklern und was sie alles aufgebaut haben um meine Hütte herum. Der Vormann, der gesagt hat, da oben, vor Mile Hill, da brennt es und wenn sie das nicht aufhalten können, dann muss ich damit rechnen, dass das Feuer bis zum Meer herkommt. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt lustig, jetzt bin ich fast fertig mit dem Haus und jetzt brennt alles nieder. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann ich jetzt machen? Und dann hat er gesagt, du musst alles, was zu nah beieinander steht, alle Bäume, die zu nah beieinander stehen, du musst schauen, dass du umschneidest. Und das habe ich dann drei Tage lang gemacht. Und dann am vierten Tag war ich beim Gym oben. Und dann haben wir beide in den Himmel rauf geschaut und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, dann kam da also der Rauch, dicker Rauch, sodass wir gemeint haben, das ist jetzt schon unmittelbar auf meinem Grundstück. Dann bin ich zurück, geschaut, dann kamen all die Feuerwehrler schon wieder und haben gesagt, wir können die zwar nicht wegschicken, aber es wäre vernünftig, wenn du dein nötigstes zusammenpackst und dann zur Farm rauffahrst. Da haben die ja Camp gehabt und da sind die, ihre Hubschrauber und alles haben die da schon gehabt. Und ich habe dann gesehen, dass also so Asche schon dahergeflogen kam mit glühenden Tannennadelspitzen und sogar mit kleinen Ästen, die glüht haben, kam schon dahergeflogen. Dann haben wir gedacht, wunderbar, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich nur noch das Nötigste zusammenpackt und bin dann in mein Boot, bin raufgefahren und habe dann am Fluss unten, habe mir gedacht, da war alles, weil das ja ein Tal ist, war alles am Fluss unten schon total neblig. Kaum noch, dass ich sehen habe können, wo ich hinfahren muss. Und dann haben wir gedacht, ja, die haben tatsächlich recht gehabt, es war Zeit, dass ich die Flucht ergreife. Dann bin ich am Farmlauf, natürlich eine furchtbare Nacht da verbracht, bis zum nächsten Morgen. Der Dale, der Farmer, hat gesagt, komm, nehmen wir mein großes Boot und hol noch alles, was geht, was wir in mein Boot reinbringen. Dann habe ich gesagt, Dale, lass es gut sein, weil wenn die Hütte abbrennt, dann soll alles verbrennen, dann ist es eh egal, dann ist es einfach so. Und dann, am nächsten Morgen, bin ich da zu der Kommandostation dann und habe gefragt, wie es ausschaut. Dann haben sie gesagt, ja, sie haben alles im Griff und ich kann wieder heimfahren. Gehe natürlich sofort ins Boot, wieder runter, flussabwärts und es war immer noch alles grün und nichts war verbrannt. Das war eben 1,2 Kilometer, so wie sie mir gesagt haben, von meiner Grundstücksgrenze entfernt, haben sie es dann zum Stoppen gebracht. Musik 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 Stank Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und möglichst ohne Kontakt zur Außenwelt durch meine Arbeit als Altenpfleger wo ich ständig mit Leuten beieinander war habe ich dann irgendwann einmal also ich möchte schon fast sagen Angst gehabt vor Leuten und war einfach lieber alleine ja ich habe natürlich auch zwischendurch ganz gern Gesellschaft das ist klar und auch wenn ich jetzt keinen Besuch kriege dann ist es trotzdem so dass ich alle vier, fünf Wochen in die Stadt fahre und sowieso zum Einkaufen muss und die Zeit nutze ich natürlich dann auch dass ich Freunde in der Stadt suche aber nach sagen wir mal drei, vier Tagen reicht es wieder dann bin ich froh wieder rauszukommen und für mich zu sein ja dann bin ich Das ist so schön, honey. No, you're on the hook. His name is Juicy. Eric wanted to make a fire this afternoon. I said, no bloody way I remember the last time. He wants to make sure she gets me the first time at night. Whatever! So, I do my best, that I have a reasonable gun, the right ammunition. And that it is quite precise and accurate. And then... It should also be that you have time to make sure that the animal is right. Of course, there can always be something wrong. And every hunter will be able to make sure that you can shoot right away. Even as a super good hunter. But... It could change again, honey. But... I want to do my best. That it doesn't hurt you. And that it... That it... It's not lined up for you. You know what I mean? This is... That's fucking good. Yeah. Because you... You always... Move a little bit. Move a little bit. And this is... And then we'll pour self-leveling compound in there. It's like a cement. But it's not cement. It's softer. And it self-levels. You just pour it in. And it levels itself. And then the floor is perfect level in there. With the heat lines in there. For the concrete. For the sink. For heat sink. And then you lay your flooring on top of that. Mm-hmm. In the basement I'll pour a concrete floor, eh? I don't know. It'll take me a few years to get her done. The... 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 The wooden... Basements are they... They don't rot or... No? No... No... Moisture or... No. I've never seen problems. No? If you do it right, there's no problem. Yeah, yeah. Mm-hmm. You see, I want to take that house and move it up. And then spread it out. And then build the basement. Dig it out. Build the basement. Pour the floor. And then build beams and roll the house over onto the basement. Mm-hmm. Set it down. And then frame the middle up, eh? Mm-hmm. To be a good idea, like, man. And then we'll... The building... Two. Three. Three. Go! 10! One. Four. Two. Two. Das ist gut. Das ist gut. Wie ist das? Wow. Ja. Don't fill them there. Now you've got them recertified. Ja. You could have filled them at Trail North. Nothing left. Where? In the water. Oh for fuck sake. Get out of the way. I told you guys quit fucking around. I told you guys come here. Something is not going to happen to you. No one else went to the airport. So you can't wait till you get to the airport in Spain. Maybe that's back of the airport. That's what I'll go to the airport. If I'm going to get to the airport in the airport. Then I'll go and grab the airport. Just go and grab the airport in the airport. There's a lot ofakkaits on the airport. I'll go and grab it. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Es gibt Aspekte, die super Erfahrungen sind. In erster Linie die Zeit, dass man so viel Zeit verstreichen lässt. Dass alles viel langsamer geht. Im normalen Leben hat man einen ganz genau eingeteilten Tagesablauf. Ist meistens hinterher im Zeitplan. Man hat so gut wie immer einen Zeitdruck. Und den hat man da halt überhaupt nicht. Es gibt kein Handy, es gibt kein Internet. Das ist ja auch schon viel, was viel Zeit wegnimmt am Tag. Es gibt keinen Computer. Man sitzt einmal eine Stunde irgendwo und schaut. Oder zwei Stunden. Das ist schon ein Spielzeug. Das ist die Qualität, die das hier bietet. Die größte Qualität für mich persönlich ist das, was mich am meisten befriedigt. Da hast du einfach jede Sekunde einfach viel intensiver wahrgenommen danach. Also wahrscheinlich war das der, warst du da total mit Adrenalin voll. Und ich war dann auch süchtig. Oder ich habe dann keine Gelegenheit mehr auslassen, ein Bär hinterher zu springen. Oder so. Oder ob Begegnungen provoziert danach. Wie provoziert man sowas? Ja, wenn du herumstehst und am Fluss siehst einer zum Beispiel, dann bin ich in der Nacht gesprungen. Und habe geschaut, wie der so auf mich reagiert. Unter dem Fallwand muss ich fotografieren. Also mittlerweile bin ich jetzt schon wieder vorsichtiger. Also jetzt bin ich nicht mehr so draufgängerisch, wie ich schon mal war. Jetzt bin ich schon eher vorsichtig. Weil es doch gefährlich ist, nicht wahr? Ja, ja, völlig. Ich bin einig. Das ist also Database. Ich bin einig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Weil die schauen aus wie Steinpilze, bloß mit einer knallorangen Kappe, die was selbst ich finde. Die leuchten schon aus dem Wald raus. Und dann habe ich beobachtet, ob irgendwelche Vieher an die Schwammerl hingehen und die fressen. Dann habe ich mir gedacht, ob ich auch ein Katzl oder irgend sowas müsste eigentlich die Schwammerl heißen. Nix, kein Vieh. Nix ist hingegangen. Dann habe ich einmal einen aufgeschnitten, gekrochen, super gut ausgeschaut, gut gekrochen. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich einfach einmal einen Schnitz. Dann habe ich ein paar so Schnitz gegessen und habe dann gewartet, was passiert. Nix ist passiert. Seitdem nehme ich die immer her. Musik 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 Music Musik Musik Music Musik 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 The other thing you can do is kind of pinch it from the middle up to the edge, that's those light deals so that it's kind of even, and I order it. It's a creative process. There's no rules. This time I'm going to put on some dried tomatoes. So now the hearth cooks it, and then it comes over the top and cooks it. Okay, next time man. There you go. There's a good looking one. There was just some air in the dough. And as they come out, you can try and get a little sample of a couple different kinds. The snow was like this all around, and he took a picture of that and put it on his webpage. Das Grundstück selber, da habe ich selber ein bisserl Geld gespart gehabt und den Rest habe ich aufgenommen. Und ansonsten gehe ich arbeiten und als Altenpfleger eben im Nachtdienst. Ich habe natürlich von meinem Arbeitgeber her volle Unterstützung gehabt, mir unbezahlten Urlaub zu geben. Und ansonsten war ich eben sehr sparsam während der Zeit, in der ich in Deutschland war. Sei es Klamotten, Einrichtung oder sonst irgendwas. Ich habe immer noch die gleiche Einrichtung wie vor 25 Jahren. Ja, okay. Und... Ich brauche neben mir. Ich brauche hier. Musik Musik Ich empfinde das wesentlich ungefährlicher, wenn ich da draußen bin. Unter Bären, als wir, wenn ich in einer Großstadt bin, unter vielen Leuten, wo du nicht weißt, wie der Einzelne tickt. Und dreht einer durch, hat ein Messer dabei, haut es da rein, das macht der Bär nicht. Ja, aber die Begegnung mit dem Bär kann auch gefährlich sein. Kann auch gefährlich sein, aber der geht jetzt nicht schon mit dem Vorsatz auf dich los. Gut, es gibt auch Bären von, was weiß ich, 100, einer, der es drauf anlegt. Aber im Normalfall bist ja du weder Beuteschema, passt du in sein Beuteschema, der weiß, der kann dich nicht einschätzen, was bist du. Also hat er erst einmal Angst vor dir. Ein Mensch macht mir auf jeden Fall mehr Angst, weil da viel mehr im Kopf rumgeht. Ein Mensch macht sich ja Gedanken entweder, wie kann ich irgendjemandem was wegnehmen, wie kann ich mich bereichern. Mensch ist ja das größte Raubtier, das gefährlichste. Also ich bin da hergegangen, weil ich eigentlich vor den Menschen davon gelaufen bin. Ich bin da hergegangen. Untertitelung des ZDF, 2020